Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesner News. Heute reden wir über eine Kamera, die überhaupt gar keinen Sinn macht, total sinnlos. Und trotzdem genau deswegen so cool, ich habe sie mir bestellt. Dann reden wir über APS-C, Vollformat, Mittelformat. Ist das alles Humbug oder gibt es einen Sinn für Mittelformat, Vollformat? Und dann gibt es natürlich die Gewinner vom letzten Mal zu ermitteln. Und für Team Wiesner gibt es auch ein paar wichtige Neuigkeiten. Stay tuned. Ich fange an, bitte Rico. Rico, der eine oder andere kennt das vielleicht, 360-Grad-Kameras machen die. Und die bringen raus, neu, die Täter X. Das Besondere daran ist, dass der Sensor deutlich größer geworden ist. Die hat 60 Megapixel. Weil klar, 360-Grad-Kamera ist trotzdem ein kleiner Sensor, ist trotzdem eine kleine Linse, aber 60 Megapixel. Weil in der Regel schneidet man die Bilder ja zu. Und zwar einen relativ engen Ausschnitt. Das heißt, mehr Pixel können da tatsächlich deutlich helfen. Außerdem hat sie ein Android-Betriebssystem. Das ist ja auch so ein Trend. Und dadurch, dass wir überall mehr Rechenpower haben, weil die Rechenleistung ja immer mehr steigt bei winzigen Chips mit sehr wenig Stromverbrauch und so weiter, kann man sowas halt machen. Da ist ein komplettes Android drauf. Also man könnte da drauf, keine Ahnung, Tetris spielen. Nee, das gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, auch für Entwickler. Weil es gibt ja sehr viele Leute, die für Android irgendwas entwickeln. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Foto-Enthusiasten, der dann da vielleicht irgendwie Apps für entwickeln kann. Keine Ahnung. Ich habe es mir nicht im Detail angeschaut. Ich habe mit der Rico noch nicht gearbeitet. Aber sie ist offensichtlich auch kommerziell erfolgreich. Also vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Auch interessant ist eventuell Tokina. Was kann ich? Tokina? 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 Also Tokina hat ein 500 Millimeter Objektiv angekündigt. 500 Millimeter. F8. Das ist der Nachteil so ein bisschen. Das ist ja immer das Problem. Großes Tele. Wenn das Licht stark ist, dann ist es sehr, sehr groß und sehr teuer. Und zwar ist es ein Reflex-Objektiv. Das sind so spezielle Objektive. Die sehen ein bisschen speziell aus. So dicke Dinger. Wir hatten mal eins für Sony hier. Ich glaube auch 500 oder 800 Millimeter. Der Praxisnutzen ist schon sehr eingeschränkt. Aber dafür kostet es halt auch nicht gleich 20.000 Euro. Und man braucht keinen Sherpa, um das Ding zu tragen. Weil ein 500 Millimeter F4 für Vollformat wäre irgendwie groß, teuer. Von so her ist es vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn du weißt, du willst mal was Cooles machen. Mit sehr viel Tele und Lichtstärke spielt keine Rolle. Keine Ahnung, den Mond fotografieren oder so. Oder halt mittags irgendwas fotografieren. Ist das eventuell eine Alternative. Fotowettbewerb. Meeres-Unterwasser-Fotografie. Die Gewinnerbilder in einer Slideshow. Ich verlinke das. Solche Fotowettbewerbe lohnen sich ja immer. Gerade auch Unterwasserfotografie finde ich immer super fasziniert. Oder bewegend, weil natürlich auch Umweltbilder dabei sind. So, Mittelformat. Gibt es den Mittelformat-Look oder gibt es den Vollformat-Look? Immer wenn ich sage, es gibt den Vollformat-Look, kriege ich ganz böse E-Mails von Leuten, die mir erklären, dass es den nicht gibt. Wenn ich sage, es gibt kein Mittelformat-Look, kriege ich ganz böse E-Mails, die mir erklären, den Mittelformat-Look gibt es. Gibt es den oder gibt es den nicht? Ich verlinke ein Video von DP Review, die haben das ganz gut gemacht. APC, Vollformat, Mittelformat. Wir haben das auch schon mehrfach diskutiert und mehrfach gemacht, Videos und so weiter. Es ist wirklich schwierig. Was sie machen, ist das, was alle machen, was eigentlich nicht ganz richtig ist, was aber trotzdem natürlich ein bisschen die Augen öffnet eventuell. Also folgendes. Was sie machen ist, sie sagen, sie haben ein Foto und machen das mit allen drei Kameras und zeigen, man kann genau das gleiche Foto machen. Ja, natürlich kann man das, offensichtlich. Natürlich kann man genau das gleiche Foto, gleiche Schärfentiefe, gleiches Bokeh eventuell, wenn die Objektive vergleichbar sind, aber vor allem gleiche Schärfentiefe, gleiche Bildausschnitte. Natürlich kann man das machen mit APC, Vollformat und Mittelformat. So, aber das ist ja nicht die Frage. Oder selten die Frage. Relevanter ist doch etwas anderes. Praxis. Wir waren im Herbst unterwegs mit dem Felix Röser, der Sebastian und ich. Ultraweitwinkelfotografie, da haben wir einen Videokurs gemacht, der übrigens sehr gut ist, auch sehr gut bei euch ankommt. Also super positives Feedback, danke schön dafür. Hallo zusammen, herzlich willkommen aus den Doolimiten. Wir sind hier unterwegs gewesen mit dem Felix Röser, um einen Landschaftsfotografie-Videokurs zu erstellen und zwar für fortgeschrittene Fotografen. Also, und was der Felix gemacht hat, oder was er macht, ist, er arbeitet halt sehr bewusst mit Ultraweitwinkel. Seine Fotos leben von diesem Ultraweitwinkel-Look. Und zwar Ultra-Ultraweitwinkel. Also, der arbeitet mit 11 Millimeter oder so. Ich hatte 16,35 dabei, er hat aus Canon 11, keine Ahnung, egal, 11 Millimeter halt oder 12 Millimeter. Das heißt, er hat 12 Millimeter, ich 16. Ich kann seine Bilder nicht machen. Es klingt so eh nicht, 12 und 16 Millimeter, das sind ja nur 4 Millimeter. Das ist 25 Prozent. Bildausschnitt, Bildausschnitt, 25 Prozent mehr. Ich konnte seine Bilder nicht machen. Also, er hat einen coolen Bildausschnitt gefunden, ein Bild gemacht. Ich sitze neben ihm, ich stelle meine Kamera an die gleiche Stelle, beide Vollformat. Ich kann sein Bild nicht machen. Ich muss mir eine andere Stelle suchen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch ein cooles Bild machen kann. Und das heißt auch nicht, dass der Videokurs nur für Leute mit 12 Millimeter ist. Natürlich nicht. Es geht um Ultraweitwinkelfotografieren. Aber genau neben ihm stehen, genau das gleiche Foto kannst du nur machen, wenn du 12 Millimeter hast. Kann ich ja hier nochmal zeigen. Dadurch, dass mir die Linie, die führt mir hier quasi imaginär an diesem weißen Felsen weiter. Und der weiße Felsen zeigt ja tatsächlich wieder nach links rüber. Das heißt, das ist mein Mittelgrund, der mir so schön ins Bild führt. Genau. Und die 500 Meter dazwischen, die sehe ich nicht. Genau. Und deswegen stören sie nicht. Exakt. Ja, ist cool, sehr cool. Hätte ich nie gesehen. Ich habe mir denn tatsächlich noch das Sony 1224 oder was das ist, noch nachschicken lassen, damit ich endlich dieselben Fotos machen konnte wie er. Das kannst du mit APS-C nicht machen. Es gibt keine hochwertigen 12 Millimeter in APS-C. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber kenne ich nicht. Weil es müsste ja ein hochwertiges 8 Millimeter sein. Also gibt es meines Wissens nicht. Ultraweitwinkelfotografie. Vollformat hat die Nase vorne. Anderes Ende. 85 Millimeter 1.2. Ein Vollformat. Draußen, Herbstlaub, stellst dein Model da irgendwo ins Herbstlaub und willst den ganzen Körper freistellen, maximal freistellen und so weiter. Alles unscharf außer die Person. 85 Millimeter 1.2. Kannst du mit APS-C nicht machen. Du kannst übrigens deinen Bildausschnitt hinkriegen, aber du kannst nicht diese Freistellung hinkriegen. Das geht einfach nicht. Mit Mittelformat meines Wissens auch nicht. Nicht theoretisch schon, aber praktisch nicht, weil da natürlich viel weniger Objektive sind. Auch nicht in dieser Lichtstärke Objektive gibt. Oder wenn, dann sind die so teuer und groß, dass es egal ist, ob es sie gibt, weil kann sich sowieso nur der Zahnarzt leisten. Ich wollte es nicht ein normaler Fotograf. So, das ist ein bisschen Schwierigkeit. Also es gibt halt einfach mehrere Bildlooks, die du mit Vollformat machen kannst und mit APS-C nicht. Mit Mittelformat eingeschränkt. So, und dann habe ich bislang immer gesagt, das hat sich ein bisschen geändert, aber früher auch immer gesagt, Vollformat gibt es halt auch so ein paar Objektive, die gibt es für APS-C nicht. Zoom-Objektive. 24-105, F4, ein Vollformat. Das müsste ein 16-70-2.8 an APS-C sein. Gibt es meines Wissens nicht. Nicht 16-70-2.8. Oder das 24-70-Vollformat. Das müsste ein 16-50-2.0 sein an APS-C. Gibt es meines Wissens nicht. Es ist nicht mehr so relevant, weil es ähnliche Objektive inzwischen gibt. Es gibt einen Haufen gute Zoom-Objektive inzwischen für APS-C. Aber genau diese Arbeitstiere, und das sind die Arbeitstiere, das ist das, womit fast alle Berufsfotografen arbeiten. Das gibt es meines Wissens so nicht für APS-C. Nur ähnlich. Nicht vergessen, es müsste das 24-70, müsste ein 16-50-2.0 sein. Ich wiederhole das. 2.0, nicht 4.8. Weil sofort alle schreiben, ja, es gibt doch das Fuji und es gibt doch das Sony. Nein, gibt es nicht. Nicht 2.0. Deswegen, es gibt also einen Haufen Gründe für Vollformat. Es soll gar keine Lanze brechend sein für Vollformat. Mit APS-C kann man, wie gesagt, in der Regel fast immer die gleichen Fotos machen. Man muss dann aber häufig auf Festbrennbein ausweichen für Sachen, die man bei Vollformat mit dem Zoom machen kann. Und als Großfotograf oder Hausheitsfotograf oder so, ist man da häufig ein bisschen eingeschränkt. So viel dazu. Ich verlinke, wie gesagt, das Video bei DP Review. Fuji. Fuji hat letztes Jahr schon ein 23mm 1.4 angekündigt, neues. Und das ist also jetzt immer noch nicht verfügbar. Aber ab Ende Februar ist das dann wohl scheinbar verfügbar. Es soll am 24.2. rauskommen. Dann nochmal Fuji. Ich hatte letzte Woche gesagt, Fuji verkauft inzwischen in Japan mehr Kameras als Sony. Und der Auslöser dafür ist die Instax Mini Evo. So. Muss ich ausholen. Das ist eine Kamera, die macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Die macht keinen Sinn. Das ist total sinnlos. Unsinnig. Ich könnte schon wieder emotional werden. Ich habe sie mir bestellt. Das ist wieder das. Pass auf. Es gibt einen Mini-Drucker. Habe ich. Seit vielen Jahren. Hatte ich schon noch in Bern. Also habe ich bestimmt schon fünf Jahre. Bei uns im Kühlschrank hängt ein Foto von meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau. Das habe ich, ich weiß nicht mehr mit welcher Kamera gemacht. Wahrscheinlich mit der Fuji. Und dann auf diesem Instax Mini-Drucker. Ich glaube von Instax Mini-Drucker. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ihn gesucht vor dem Video. Ich habe ihn nicht gefunden. Der Mini-Drucker. Der ist kleiner als die Zigarettenschachtel. So. Und damit kann ich halt Bilder zum Beispiel mit dem Handy verbinden und Bilder drucken. und habe dann halt so diesen Instax-Look deswegen so. Also im Grunde macht das ja Sinn. Ich nehme eine normale Kamera oder mein Handy meinetwegen. Ich mache ein Foto. Und wenn ich sage, das Foto finde ich cool, das will ich ausdrucken, dann drucke ich es aus. Und wenn ich sage, ich will nicht einen großen Canon-Epson-Drucker haben, sondern halt nur so einen Mini-Drucker zum Mitnehmen, gerade beim Reisen. Den hatte ich gekauft für irgendeinen Urlaub. Habe ihn mitgenommen und nicht einmal benutzt. Weil die Bilder sind total teuer und irgendwie totaler Humbug. Ich kann es auch gleich richtig machen und so weiter. So. Man macht es nicht. Also der Sinn ist ja im Grunde genau dieses. Ich mache ein Foto, ich sage, das ist cool, das will ich ausdrucken. Vielleicht, ich treffe jemanden. Ich bin am Reisen, ich treffe jemanden, den Restaurantbesitzer, den Koch. Ich fotografiere den Koch und ich will ihm ein Foto da lassen. Ich mache ein Foto, ich druck das aus, dann gibt es ihm. Ja. Macht man halt einfach nicht, aber man könnte. Aber es ist nicht das Gleiche wie Polaroid. So. Und dann gibt es einen ganzen Haufen Polaroid-artige Kameras. Ich habe ja selbst auch eine zu Hause, auch eine Fuji. Und mit der habe ich tatsächlich, da hängen inzwischen zwei Bilder am Kühlschrank. Und die gibt es halt nur einmalig. Das sind Unikate. Die sind technisch total schlecht, aber emotional halt gut. Also ich und meine Tochter drauf. Emotionale Fotos. Und ich ärgere mich, dass es die nicht digital gibt, weil das so coole Fotos sind emotional. Das sind so Erinnerungsmomente halt. Und die sind deswegen so speziell, weil sie ein Unikat sind, weil es sie halt nicht nochmal gibt. Der Moment kommt nicht wieder. Und das ist genau das, wo die Instax Mini Evo jetzt reinkommt. Weil du hast diesen Drucker eingebaut. Das heißt, du kannst ein Foto machen wie ein Polaroid, kommt sofort raus. Aber du musst es nicht drucken. Du kannst also mehrere Fotos machen und dann kannst du durchgucken und dann das so richtig ausdrucken. Weil das Problem bei diesen Instax-Kameras ist, die sind in der Regel technisch sehr schlecht. Das heißt, die meisten Fotos werden nichts. Und kostet jedes Mal einen Euro, so ein Foto auszudrucken. Und das ist hier halt eben nicht so. Außerdem, ich habe sie halt noch nicht, aber ich habe ein kurzes Revue geschaut. So wie ich das verstehe, kannst du auch dein Handy verbinden. Also du kannst Handyfotos machen und die dann darauf drucken. Also den wie einen Drucker benutzen. Deswegen, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, das sofort auszudrucken. Aber man macht es, weil man macht ein Foto und sagt, ja, okay, ich habe drei Fotos gemacht. Das will ich drucken, kommt raus, hängt am Kühlschrank. Und hat einen sehr starken emotionalen Wert. Gerade auch in Verbindung mit Freunden und so weiter. Also Urlaub natürlich etc. Also ich sehe den Charme sofort. Ich habe das Ding, wie gesagt, es kommt nächste Woche raus. Ich habe eine vorbestellt. Ich mache da mal ein Video dazu, wenn es mir gefällt. Wenn nichts mehr von mir hört, dann habe ich sie mal wieder gekauft und nicht benutzt. Aber es ist totaler Quatsch, oder? Und auch so Commerz-Zeit natürlich total sinnlos. Ich kann auch ein Handyfoto machen und das drucken, so groß wie ich will. Nachbar, aber nicht alles. Aber wer druckt Handyfotos aus? Nicht nie, habe ich auch. Aber super wenig. Also im Sinne von zwei im Jahr oder so. Na gut. Ganz was anderes. Wer hat schon mal Kameradeckel verloren oder auch Objektiv, die Deckel hinten am Objektiv drauf, liegen bei uns. Wir haben eine Schublade voll damit, in allen Größen und so weiter. Immer doof, die zu finden und zu suchen. Und ich verliere die auch regelmäßig und vertausche die auch regelmäßig. Gerade ich kriege einen ganzen Haufen Testobjektive. Und dann passiert das schon mal, dass ich ein Wildrocks-Objektiv kriege und dann ist hinten drauf halt der Nikon-Deckel. Und dann muss ich das Nikon-Objektiv zurückgeben und dann ist da hinten der Wildrocks-Deckel drauf. Wildrocks ist das egal, Nikon nicht. Naja, also wenn du das in Schick haben willst, ich verlinke eine Seite, da kann man die Dinger kaufen, in ganz professionell beschriftet. Also sieht cool aus. Und macht man wahrscheinlich wieder nicht für sich selbst, aber ist vielleicht ein tolles Geschenk. Für deinen Fotokumpel, deine Fotofreundin, Fotofreund, Bruder, Tante, Onkel, wie auch immer. Wenn du nicht weißt, was du dem Fotografen schenken sollst. Guckst mal, welche Objektive bei ihm im Schrank stehen, so ganz heimlich und bestellst ein paar von diesen Deckeln. Gerade wenn das so ein bisschen unordentlich ist, ist das vielleicht so ein Schienbeintritt, ein bisschen ordentlicher zu werden. Also sehen cool aus zumindest. Dann ganz was anderes. Gestern hat Apple, wo ist mein iPhone, egal, hat Apple Quartalzahlen vorgestellt. Der Disclaimer, ich habe natürlich Apple-Aktien, glücklicherweise. Naja, was sie gemacht haben, 34 Milliarden Dollar Gewinn im Quartal, nicht im Jahr. Im Jahr machen sie eher Richtung 100 Milliarden. So, ich zeige nur nebenbei die Grafik, weil ich das so witzig fand, wie doll man das Weihnachtsgeschäft sieht. Jeder weiß, Weihnachtsgeschäft, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein iPhone zu Weihnachten verschenkt oder geschenkt bekommen. Ich habe keine reichen Eltern, weiß ich nicht. Es gibt scheinbar genug Leute mit reichen Eltern, die iPhones zu Weihnachten verschenken oder ich weiß nicht. Oder man gönnt sich das selbst oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls im Weihnachtsquartal werden halt sehr viel mehr iPhones gekauft und das sieht man halt da sehr schön, wie die Quartalsgewinne so. Man weiß immer, wann Weihnachten war. Fand ich sehr, sehr amüsant. Brustkrebs ist nicht amüsant, ist ein ernstes Thema oder generell Krebsforschung und ein spanisches Team hat ein Game rausgebracht, ein Spiel für Handy, Android und iOS. Ich verlinke ein Video von denen. Da kannst du spielen, Gamification, du kannst spielen und mit deiner Spielzeit quasi hilfst du denen in der Forschung. Also er erklärt das im Video. Ich verlinke das jedenfalls. Also wenn du eine Ausrede haben willst, also sagen willst, du willst mehr am Handy spielen und eigentlich solltest du nicht so viel spielen, das wäre zumindest für einen guten Zweck, nämlich für die Krebsforschung. Erinnert so ein bisschen, als ich im Studium war, da kam das SETI, das glaube ich Programm, kam da so auf, dass alle Informatiker, zumindest alle hatten einen Screenshafer, einen Bildschirmschoner, einen Bildschirmschoner drauf, der dann irgendwie Berechnungen gemacht hat. Es ging darum, ich weiß gar nicht mehr, es ging glaube ich sogar darum, Außerirdische zu finden oder so. Also jedenfalls, ich weiß es wirklich nicht mehr, es ist 20 Jahre her, NASA, also jedenfalls ging es darum, dass irgendwie alle Rechner liefen irgendwie rund um die Uhr und haben Strom verbraucht ohne Ende, damit mehr weltweite Rechenpower zur Verfügung steht für da irgendwie Außerirdische finden oder so. Also wenn man drüber nachdenkt, total sinnlos, eigentlich wegen dem Stromverbrauch damals, aber war total, alle Informatiker haben das irgendwie gemacht. So viel dazu. Dann Hashtag Wiesner News. Instagram, wenn du möchtest, dass wir über deine Bilder sprechen, vergiss nicht das Instagram-Hashtag ranzumachen, mir die Bilder bitte nicht mailen und ich kriege immer wieder E-Mails mit Bildern, sondern bitte das Hashtag ranmachen. Sehr schöne Variante von dem Leuchtturm Westerhever. Hat Sunny Fee 25 gemacht, mit Schnee drauf, Winter und so weiter. Ich wette, der Ben Regge wird sofort losgehen und das nachmachen wollen. Es ist wirklich schön geworden und auch toll nachbearbeitet, also richtig schön klar und tolle Blautöne. Ich finde das immer ganz, ganz schwierig, Blautöne hinzukriegen, dass es nicht kitschig blau ist. Das ist mir sehr gut gelungen. Also es ist ein kaltes Bild, was passt. Toll. Also wirklich toll nachbearbeitet, toll gesehen. Auch schöne Bildkomposition. Gefällt mir total gut. Sunny. Habe ich die falsche Taste gedrückt. Dann Hagers Fotografie, Frau war in Frankfurt unterwegs. Auch so ein Klassiker, so ein bisschen. Frau oben ohne umarmt sich selbst. Soll kein Bloßstellen sein, sondern nur, dass wir darüber gesprochen haben. Also immer ein ganz schwieriges Thema, weil ich sehe eine Frau und ich sehe zwei Hände. Vielleicht sind das ihre. Vielleicht begrapscht sie auch der Fotograf. Weiß ich nicht. Das ist immer ganz schwierig. Drehm ich um. Machst ein Bild von mir und hier kommt irgendwie so eine Hand raus. Ist es meine oder ist es nicht meine? Weiß ich mal nicht. Wenn man den Arm nicht sieht, weiß man nicht, wo die Hand herkommt. Das muss nicht stören. Gerade so Pärchenfotografie, da hat man das häufig. Beide nehmen sich den Arm. Zeig mal hier nebenbei ein Bild von Christina und mir. Und da kommt jetzt halt so eine Hand, gerade so die Hand auf die Schulter. Da kommen die Finger da so aus dem Nichts. Ja, nein, ist es schlimm, ist es nicht schlimm. Stört wieder nur Fotografen, sonst sieht das keiner. Also das ist einfach sehr, sehr bewusst sein. Und hier, finde ich, stört das. Die vordere Hand ist noch okay. Also die rechte Hand von uns aus gesehen ist noch okay. Aber die andere Hand, das sah die zwei Finger so aus dem schwarzen Nichts. Komm, stört mich total. Ist ein Blickfang. Ich gucke da die ganze Zeit hin und frage mich, soll das ein Gruselfoto sein? Oder soll das ein ästhetisches Foto sein? Warum sind da die Finger? Ja, also finde ich in dem Fall sehr störend. Soll keine böse Kritik sein, ich wiederhole das. Sondern einfach vor allem der Hinweis darauf. Und man kann wie immer Fotos, man kann eine andere Meinung haben. Volker Birke. Volker war an der Nordsee unterwegs. Das ist einer der Spots aus dem Norddeutschland-Magazin natürlich. Da war ich auch. Da ist mir meine Sony runtergefallen. Mit dem 24-70, das verbeult ist. Wo keine Filter mehr raufpassen. Die Kamera musste in die Reparatur. Die Story dazu ist auch in dem Norddeutschland-Magazin. Na gut. Jedenfalls eine schöne Variante. Das sind eigentlich so mehrere Säulen hintereinander. Und man fotografiert das immer so, diese mehreren Säulen. Er hat jetzt halt den Bildausschnitt so gewählt. Der Volker, dass es halt eben nur eine ist. Finde ich sehr schön gelöst. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Blau, Gelb, meiner Meinung nach. Aber da reden wir wieder über Geschmack. Da fand ich eben, Wester Hever, geschmackvoller mit dem Blau. Aber ich bin jetzt auch ein alter Sack. Der ist gerne ein bisschen dezenter, mag meine Fotos. Kann man eine andere Meinung haben. Und dann Eisvögel gehen natürlich immer. Mit Eisvögeln könnt ihr mich immer locken. Weil ich weiß, wie schnell die sind. Und in Bern, da wo ich gewohnt habe, direkt vor der Tür war der Tierpark. Und da bin ich immer dran vorbeigegangen. Und ich weiß, es hat da Eisvögel. Und ich habe schon öfter da gesessen. Und dachte, ich kann doch mal so ein Eis. Nie gefunden. Immer nur so, wenn die Kamera gerade nicht parat ist. Pss, an mir vorbeigeschischt. Naja, also ganz schön ist eingefroren. Die Gerhards am Chemnader See. Auf 600 Millimeter übrigens. Bei F4. An der Canon 1DX. Okay, teures Equipment. So. Zurück dahin. Team Wiesner. Was ist bei uns so los? Letzte Woche war ja der Michael Martin hier. Da habe ich letzte Woche Wiesner News gesagt. Nochmal schaue ich euch das Video an. Also das war so, dass es abends natürlich einige gesehen haben. Danach der Wiesner News nochmal sehr viel. Das ist eins unserer erfolgreichsten Live-Videos. Das erfolgreichste hat über 100.000 Aufrufe. Es geht natürlich um Sony. Wenn du erfolgreicher Foto-YouTuber werden willst, mach lauter Sony-Videos. Sony in den Titel schreiben. Schon gibt es mehr Aufrufe. Das ist leider so. Jedenfalls danke also für alle, die es geschaut haben. Und auch alle danke für die ganzen vielen Kommentare. So nebenbei. Michael Martin ist auf Instagram nicht so aktiv. Der hat 1.000 Abonnenten gekriegt. Von 9.300 auf 10.300 sowas. Also wirklich relevant viele. Und das ist natürlich super. Das hilft ihm. Weil er natürlich auch so ein bisschen von Sponsoring lebt. Und es hilft ihm natürlich dann irgendwie. Er ist halt jetzt mehr ein Influencer so ein bisschen. Also er hat es nicht nötig. Aber wenn ich halt so Leute einlade, dann ist ja immer ein bisschen die Frage, warum soll der zu mir kommen? Und das ist zum Beispiel tatsächlich ein Anreiz. Ich sage, wenn du zu mir kommst, kriegst du 1.000 Abonnenten auf Instagram. Weil es den Leuten hilft. Das ist einfach quasi eine Art von Bezahlung, dass ich Werbung für ihn mache, damit er mehr Follower hat. Damit er halt eben sein Business natürlich dann auch voranbringt. Weil er lebt ja letztlich von Vorträgen, von Buchverkäufen und so weiter. Und das hilft ihm natürlich, wenn er auf Instagram mehr Leute erreicht und sagen kann, hier, ich bin im Vortrag oder so. Also vielen Dank dafür für euren Support an den Michael. Wir sind ansonsten weiter dran mit dem Abenteurer Buch, wo der Michael Martin tatsächlich auch drin ist. Die ersten drei sind zehn Abenteurer. Drei sind fertig im Sinne von, das PDF ist fertig und auch abgesegnet. Das heißt, drei von zehn haben wir. An den anderen sieben arbeiten wir. Das geht jetzt zügig voran, Schlag auf Schlag. Die Susanne, die Designerin ist da kräftig dran. Sodass wir das hoffentlich dann auch jetzt im Winter noch fertig machen können. Dann Tierebücher. Chris Kauder, Tierebücher. Da haben wir nicht mehr so super viele. Das saying, ne? 70 Prozent der Bücher sind weg. Ich frage mich immer, warum kaufen nicht alle gleich sofort? Alle zögern so ein bisschen. 70 Prozent sind weg. Wenn sie weg sind, sind sie weg, ne? Vielleicht drucken wir nach, vielleicht nicht. Haben wir noch nicht entschieden. Wenn ich sage, wir drucken nach, dauert es, weil kein Papier, dauert es halt irgendwie ein Dreivierteljahr. Also von so her zuschlagen und nicht nachher sagen irgendwie, ich wollte noch eins. Weil ganz viele Leute schreiben mich jetzt an, wir hatten mal ein Ziel vor der Tiere. Das gibt es schon länger nicht mehr. Und wie viele Leute mich schon gefragt haben, ob ich nicht noch eins rumliegen habe. Warum soll ich welche aufheben und nicht verkaufen? Also ich hebe ein paar auf zum Verschenken natürlich so, weil ich immer mal wieder was zeigen muss oder so. Aber ich hebe keine auf, um sie später zu verkaufen. Warum soll ich das machen? Das ist ja geschäftstätigend. Natürlich will ich die auch verkaufen. Die waren teuer. Also auch so fotografierst du deine Freundin. Wie oft ich da angeschrieben werde, hast du nicht noch eins. Ich würde unbedingt eins nehmen. Es gibt es nicht mal bei Ebay oder bei Ebay nur für 100 Euro. Also wenn du eins hast und loswerden willst, setzt du bei Ebay rein, kriegst du 100 Euro für. Nein, ich hebe die nicht auf, um die für schlechte Zeiten oder so. Keine Ahnung. Also ich verkaufe sie, dann ist sie weg. So. Dann habe ich letzte Woche ja schon angekündigt, das Kochen-Thema bei uns ist. Tatsächlich habe ich jetzt einen eigenen Kanal gemacht, Stefan Kocht. Ich freue mich natürlich, es ist total spannend, weil neuer Kanal, irgendwie null Abonnenten letzte Woche, jetzt haben wir 200. Ich freue mich natürlich über jeden Abonnenten, ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Daumen und so weiter, weil es, wenn man zu klein ist, natürlich viel mehr, viel mehr bringt im Grunde, also emotional viel mehr bringt. Mein Ziel ist damit aber nicht, jetzt der Jamie Oliver in Deutschland zu werden, sondern tatsächlich, ich möchte besser kochen lernen und das gebe ich ja auch weiter. Und es ist was anderes, ob ich nur für mich was koche oder ob ich mir überlege, warum ist denn das so, was könnte man noch besser machen, um dann ein Video zu machen. Also ich versuche nicht, Ofenkartoffeln zu machen, sondern ich versuche die besten Ofenkartoffeln zu machen, die irgendwie gehen. Und dafür gucke ich mir dutzende Videos an und probiere Sachen aus und so. Und ich nehme hier einen Tipp mit, da einen Tipp mit und dann nehme ich da einen Tipp mit und merke, der funktioniert gar nicht oder so. Also ich stecke da richtig viel Zeit rein, um zu versuchen, das so gut wie möglich zu machen, das Rezept selbst. Und dann natürlich auch die Videos machen, das ist so, man denkt so, ja, der Wiesner kann ja filmen und er hat ja alle Ausrüstung und so. Das ist trotzdem schwierig. Ich mache das alleine, also mich selbst filmen, wie ich Zwiebeln schneide, ist nicht ganz einfach, ist schwieriger, als man denkt. Lichtsetzung und so weiter und so fort. Auch ein Produktfoto von dem Essen zu machen, für das Kaffee von dem Video und so. Also ich lerne im Moment ganz viel dabei. Deswegen ist es total spannend, fototechnisch, videotechnisch spannend und natürlich profitiert meine Familie davon, dass es lecker essen gibt und ich lerne was fürs Leben. Und wenn du die Videos schaust, du natürlich auch. Also ganz viele haben schon nachgekocht und das ist natürlich für mich doppelt cool, wenn mir dann einer auf Instagram ein Foto schickt, er isst gerade meine, also meine, isst gerade die Kartoffelecken, für die ich ein Rezept gemacht habe oder die Tofenudeln. Es ist natürlich cool, man fühlt sich ja, wenn er mir sagt, es schmeckt. Weil mein Bestreben ist ja, Leuten zu helfen, was zurückzugeben. Ich habe was gelernt von YouTube, ich gebe was zurück, hin und her. Und wenn ich dann das Feedback kriege, dass es tatsächlich hilfreich ist, ist es natürlich gut für mich. Also im Sinne von Bestätigung und Motivation natürlich auch. So, und dann gibt es, also wie gesagt, zu gewinnen letzte Woche. Es gab zu gewinnen ein rundes Filterset. Dafür gebe ich deine Adresse, wenn du gewonnen hast, gebe ich deine Adresse weiter an Rollei, also im Hintergrund haben, also mir eine Nachricht machen und dann vermittle ich dich an Rollei und bitte dazuschreiben, welche Filtergröße du haben möchtest, weil dir nützen ja keine 72 Millimeter Filter, wenn du 82 brauchst. Das dazuschreiben. Gewonnen hat Tobias Paul. Tobias, herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, machen wir eine persönliche Nachricht. Und dann das Stativ. Das ist hier der Prototyp von dem Blauen und das gab es jetzt in Grün für die Naturfotografen. Gab es einen zu gewinnen. Trommelwirbel, das wollten ja alle haben. Lange nicht mehr so viele Kommentare gekriegt. Und gewonnen hat es der Heitier 68. Heitier, herzlichen Glückwunsch. Mach mir eine persönliche Nachricht und dann vermittle ich dich an Rollei und ich schicke dir das zu. Das waren die Wiesner News, schon wieder ein bisschen länger geworden. Das waren die Wiesner News. Ich hoffe, da war für jeden was dabei. Und freue mich auf spannende Kommentare zu dem A-B-C-Vollformat. Weil egal, wie ich das sage, das löst ja immer Reaktionen aus. Vor allem, wenn ich so sage. Ja, es ist so. Das kann ich auch ruhig noch erzählen, jetzt wo wir durch sind. Ich hatte letztes Jahr die Fuji Mittelformat-Kamera da, habe dann kein Review zu gemacht, weil ich auch nicht so richtig zufrieden war damit. Und da habe ich so lapidar, irgendwo in den Wiesner News, glaube ich, gesagt, es gibt ja diesen Mittelformat-Look nicht. Oder so in der Art habe ich das gesagt. Natürlich böse E-Mails von alten, also alteingesessenen Mittelformat-Fans, die mir erklären wollen, dass es natürlich einen Mittelformat-Look gibt und dass natürlich die Bilder anders aussehen. Da habe ich gesagt, nein, mach doch einfach mal ein Vergleichsfoto. Nein, gibt es nicht. Wirklich wie Sebastian und ich, wir haben hier gebastelt und getüftelt, weil wir wollten ein Video machen, das ist der Mittelformat-Look. Das wollte ich zeigen mit dem Video. Und wir haben es nicht hingekriegt. Wir haben es einfach nicht hingekriegt, zu sagen, dass das Mittelformat sieht anders aus. Hautporen anders, Farbtöne anders, mehr Schärfentiefe, weniger Schärfentiefe, irgendwas anders. Nein, die Fotos sahen einfach genau gleich aus. Wenn ich es richtig umrechne, auf Vollformat, sah es einfach genau gleich aus. Nur halt in größer und teurer. Und wenn ich das jetzt so sage, bin ich mir sicher, kriege ich wieder ein paar böse E-Mails von Leuten, die mir erklären wollen, dass es doch so ist. Ich habe auch diverse Blogs und Videos angeschaut und so weiter, weil ich wollte es wirklich verstehen. Und ich habe gesagt, nein, sorry. Wenn du es richtig umrechnest, ist es halt einfach nicht mehr so wie früher. Früher war das so, weil es die Lichtstarken Objektive für Vollformate nicht gab. Aber inzwischen gibt es die ja sogar mehr und billiger und kleiner und so weiter. So, tschüss. Ich hau ab. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Vielen Dank.